Die Jury hat im Vorfeld entschieden und wir können verkünden, dass wir zwei erste Plätze bei BPW küren können. Gewonnen hat Codery. Wir freuen uns mega, wir haben nicht damit gerechnet, schon wieder hier zu sein, wir freuen uns aber auf jeden Fall. Das Gewinnerteam hat den Namen Pramo Molekular, herzlich willkommen. Es war unglaublich schön, mit den anderen Teams sprechen zu können, das fehlt einfach. Also mit Maske und mit Abstand, aber man konnte sich wenigstens austauschen. Und da verzichte ich gerne aufs Buffet und Sekt kriegt man ja trotzdem noch. Ja und wie immer im Leben einer, einer kann nur gewinnen und das ist Trommelwirbel Beyond Saving. Rechnen konnte man da sicherlich nicht mit, aber wir haben eine wirklich loyale Fanbase, würde ich sagen. Und viele, die unsere Idee unterstützen und uns begleiten wollen. Von daher war der ein oder andere dabei, der es gut mit uns meinte. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, dass wir es ein bisschen hybrid hatten, weil man hat es gemerkt am Klatschen nebenan, die Stimmung, es kommt was rüber. Und insofern ist das sehr, sehr gut gelungen und ich bin schier begeistert von der Bandbreite, die wir haben. Und die glaube ich auch sehr, sehr gut die Kreativität und die Gründungsinitiativen gut abbilden, was wir in der Stadt haben und auch im Land. Gründungsrechte, die wir haben, die wir haben. Die Stimme, die wir haben. Vielen Dank.